Herzlich Willkommen liebe Zuschauer ich habe Michael Amira mal wieder bei mir und wir haben uns zum letzten mal gesehen am 21. Dezember 2012 in Salzburg auf deinem großen ANK-AT-Kongress und ja was ist seitdem bei dir alles passiert sicherlich auch eine ganze Menge und wie war das für dich? Sehr viel erstmal danke für deine Einladung und dass du heute dir Zeit genommen hast. Ja es ist so gesehen ganz ganz viel passiert. Es ist etwas für mich geschehen, dass ich nochmal sehr stark zurückgeworfen wurde in der neuen Energie auf mich selber. nochmal alles anschauen durfte, was eben noch nicht der Selbstliebe entspricht. Wo ist die Selbstliebe? Wo ist noch nicht die Bereitschaft in die Selbstliebe zu gehen, aus der Selbstliebe heraus zu leben? Und wie immer natürlich, wenn Dinge in meinem Leben passieren, die ich erstmal nicht einordnen kann, ziehe ich mich zurück und befrage dann die geistige Welt, was das jetzt sein soll. Und je nachdem, wer in dem Moment dann seine Zuständigkeit für die Beantwortung, ob es dann der Erzengel Michael ist, oder meine Seele oder Jeschua oder in dem Fall viel gerade mein geistiger Führer Amrides, der mit mir zusammen in Atlantis als Priester war, mittlerweile nicht mehr inkarniert ist und als geistiger Führer mir zur Verfügung steht, hat mir dann sehr deutlich erklärt, was da jetzt gerade abläuft, für mich und damit aber auch kollektiv für alle. Also auch das, was du da erlebt hast, das haben sicherlich viele erlebt, dass sie eben auch mit sich selber konfrontiert worden sind, in einer Zeit, die einem wie ein dunkles Loch ein bisschen vorgekommen ist. Natürlich auch so ein bisschen mit der Witterung hat das jetzt auch zu tun. Also war eigentlich eine lange Durststrecke sozusagen, wo ganz viele gespürt haben, was ist hier eigentlich los und auch die Zweifel gekriegt haben und so weiter und jeder das angucken konnte. Du sagst es aber nur, da gibt es neue Seelenpläne. Ist das jetzt nur für dich ein neuer Plan oder? Kollektiv für ganz, ganz viele. Das Spannende ist ja, sie haben mir gesagt, wenn der ein, also ich habe ja die ganzen Monate, wo ich 2012 unterwegs war, von September, an den Abenden immer wieder gesagt, es wird darauf hinauslaufen, am Jahresende werden wir dastehen, wir werden von unbewussten Menschen belacht werden, weil die Welt wird dieselbe sein wie vorher. Wir werden definitiv gar nicht in der materiellen Welt erstmal nachvollziehen können, dass sich was verändert hat. Und genau so ist es gekommen. Wir hatten eben keinen Bankencrash. Es ist nichts definitiv Großes passiert. Und das war ja auch von vornherein überhaupt nicht die Aufgabe. Aber ganz im Gegenteil, die geistige Welt hatte mir dann hinterher jetzt gesagt, dass das Ziel war, dass unser Wirken erfolgreich ist, wenn ein harmonischer Wandel stattfindet. Harmonischer Wandel bedeutet, wenn eben nichts in der materiellen Welt wirklich Gravierendes geschieht, dann ist unser Wirken, unsere Aufgabe wunderbar erfüllt. Also dadurch, dass eben nichts passiert, also nichts Dramatisches, gut, irgendwas ist immer passiert, aber nicht, dass auf einmal irgendwie ein Riesencrash und so. Und das wäre ja auch für viele sehr dramatisch gewesen und eben nicht so angenehm. Also eigentlich können wir dankbar sein, dass wir diesen Übergang machen. Also die Zweifler würden jetzt sagen, es ist eben kein Übergang, weil es ist nichts passiert. Aber tatsächlich merken wir überall, dass es etwas passiert, aber eben harmonisch. Das heißt ohne die ganz großen Verwerfungen, die befürchtet wurden. Sie haben ja gesagt, das Letzte, was vorbereitet werden musste, ist immer, es kommt ja über die spirituelle Ebene, über die Gedankenebene und dann die emotionale Ebene. Und die letzte Ebene, die Veränderungen bringt oder braucht, ist die ätherische. Das ist ja die, die am nächsten und an unserer materiellen Ebene ist, vergleichbar mit der vierten Dimension, mit dieser Zwischendimension. Und am 21.12.2012 ist auf der ätherischen Ebene Mutter Erde bei 21,2 Hertz, was die Fünfer gibt, also in der fünften Dimension eingeklingt. Bedeutet, auch auf der ätherischen Ebene sind jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, um jetzt die Materie folgen zu lassen, weil die Materie muss immer zum Schluss folgen. Jeder Hellsichtige wird bestätigen, wenn er Menschen sieht, sie sieht andere Aura und Aura am ätherischen Körper, siehst du ungefähr schon drei Jahre vorher, ob eine körperliche Krankheit entsteht. Also das kommt vorher schon, das Ätherische zeigt es. Und was im Ätherischen ist und wenn es bleibt, wird sich in der Materie zeigen müssen. Und so ist jetzt die Voraussetzungen auf der ätherischen Ebene komplett erfüllt am 21.12.2012. Und darum ging es. Und das Spannende ist, dann haben Sie mir jetzt gesagt, dass mit dem Datum 21.12.2012, vor allem für uns, für den Bewussten oder aus meiner Terminologie, für die Ankanaté, die Hüter und Hüterinnen von Mutter Erde, damit die alten Seelenpläne, zum ersten Mal wurde das Wort benutzt, alte Seelenpläne. Sie haben mir gesagt, dass wir alle vor der Geburt in der geistigen Welt uns mit unserer Seele und mit unserem Schutzengel zusammen Pläne ausgesucht haben, die teilweise extremste Erfahrungen bedeuteten für uns. Das hat ungefähr angefangen ab dem Jahr 2000, ganz stark 2002. Das heißt, wir alle haben vor der Geburt uns bestimmte Lebenserfahrungen vorgenommen. Das kann der Verlust eines Kindes sein, schwere Krankheit, Firma verloren, das kann ein extremstes Mobbing sein, das kann Partnerschaft, Ehe, die, also extremste Lebenserfahrungen, die wir selbst freiwillig in unseren Seelenplan hineingelegt haben, weil wir wussten, wir brauchen bis zum 21.12. bestimmte Erfahrungen aufgrund sich Emotionen und Mitgefühl in uns entwickelt, das wir nachher, nach dem 21.12. brauchen. Aber diese teilweise heftigsten Erfahrungen, die auch dazu geführt haben, dass, weil wir in den Erfahrungen drin waren, wir für die gesamte Menschheit wie Transformatoren waren, die die emotionalen Themen, die sonst nicht geklärt worden wären und damit auch den Aufstieg hätten, disharmonisch, die wurden von uns als Transformatoren benutzt. Also wir haben andere Energien, emotionale Energien, durch unsere Eigenerfahrung, die wir erlebt haben, mit transformiert. Auch das steht in unserem Seelenplan so drin, dass wir bereit sind, in der Zeit das zu tun. Also auch gewisse Opfer, weil man Opfer sich sozusagen oder sein Wohlbefinden und sein angenehmes Leben opfert man im Grunde für das Wohl des Ganzen. Also man geht durch tiefe Erfahrungen durch. Nun hast du gesagt, es gibt neue Seelenpläne, also diese alten Seelenpläne sind erfüllt oder teilweise eben abgesehen? Sie sind in dem Moment durch den harmonischen Aufstieg, sind die alten Seelenpläne erfüllt und damit abgeschlossen. In dem Moment, das war das Ziel, wenn der Aufstieg harmonisch ist, wir in der Dimension der ätherischen angekommen sind, auf der geistigen Ebene ist das erfüllt und damit haben unsere Seelenpläne sich komplett erfüllt. Das ist das Entscheidende und ein alter Seelenplan bedingt automatisch einen neuen Seelenplan. Das heißt, ab dem 22.12. haben Sie mir gesagt, stehen für uns alle kollektiv neue Seelenpläne zur Verfügung. Allerdings, diese neuen Seelenpläne müssen aktiviert werden. Sie haben aber ein sehr hohes Schwingungslevel. Das hat was mit Schwingung zu tun. Und selbst wenn wir jetzt von unserem, also ein einfaches Beispiel, Mutter Erde ist jetzt bei 21,2 Hertz gewesen. Angenommen, wir waren, die meisten von uns waren ja drüber, weil wir konnten Mutter Erde nur beim Aufstieg behilflich sein, weil unser Schwingungslevel drüber war. Also angenommen, wir waren bei 23 und der neue Seelenplan war Schwingungslevel 30. Jetzt bedeutet es, der neue Seelenplan, der aktiviert werden möchte, zieht uns förmlich aus Schwingungslevel 23 hoch auf 30. Wir können gar nichts dagegen tun. Es ist wie ein Sog. Das bedeutet aber, unser eigenes Schwingungslevel muss angehoben werden. Bedeutet, alles was in uns ist, was das Schwingungslevel nach unten zieht, muss aufgehoben werden, weil es gelöst werden will. Und das sind zum Beispiel Ängste. Das heißt, wir werden jetzt kollektiv, permanent, ganz extrem im Außen, durch äußere, scheinbar äußere Ereignisse, äußere Situationen, andere Menschen, plötzlich in Lebenssituationen gebracht, wo wir genau die Dinge anschauen dürfen, die in uns noch nicht heil sind, damit, weil sie noch nicht heil, noch nicht rund sind, noch nicht erlöst sind, unser Schwingungslevel nach unten halten und jetzt das Schwingungslevel nach oben gehen muss. Also diese Ängste, die wir ja alle irgendwo immer mal wieder, mit denen wir konfrontiert werden, jetzt ist ja aktuell, jetzt in Boston, diese Bomben und so weiter, das sind ja alles so Ängste. Aber wir gehen da jetzt anders mit um, hoffentlich, oder wie geht man am besten damit um? Man kann es einfach angucken, da ist was weit entfernt passiert, aber man muss es gar nicht mehr so für sich dramatisieren, dass man sagt, wir brauchen jetzt mehr Polizei oder das ist ja eigentlich der gewünschte Effekt, also die Macher, die wahrscheinlich dahinter stehen, wollen, dass natürlich mehr Kontrolle und mehr Überwachung dann durchgesetzt werden kann. Das ist meine Vermutung, was dahinter steckt. Meine auch. Aber funktioniert das noch so, wenn wir unsere Ängste bearbeiten und sagen, wir gehen da an dieses Loch gar nicht mehr rein? Also das, was du jetzt sagst, ich kenne das aus einem anderen Beispiel, in dem Moment, wenn wir erkennen, dass es keinen Zufall gibt, kein Glück und kein Pech gibt, das ist ja das Wirkliche, sondern jedes Leben läuft nach einem genauen Seelenplan ab, das ist eine genaue Abfolge, da gibt es schon Freiraum, aber die wesentlichsten Erfahrungen sind festgelegt und zwar von uns selbst festgelegt. In Amerika haben die Flugseltschaften ein interessantes Festgestellt, sie haben festgestellt, dass bei Flugzeug am Stürzen eine extrem hohe Umbuchungsrate ist, exorbitant hoch. Das heißt, ganz viele Menschen wollen unbedingt bei diesem Flug dabei sein, koste es, was es wolle. Umgekehrt, viele können nicht dabei sein, sie werden krank, sie brechen sich ein Bein, kommen zu spät, verschlafen, also es ist sehr ungewöhnlich, bestimmte wollen unbedingt dabei sein, tun alles dafür und andere können nicht dabei sein. Und ganz extrem, sie haben festgestellt, dass ganze Flugzeuggrues bei Flugzeugabstürzen vorher ausgetauscht werden. Also die Crew, die normalerweise zusammen ist, kommt raus und sie werden durch einzelne Personen, die förmlich so zusammengestupft werden, zusammengestellt. Sie können natürlich jetzt, sie haben nur die Information, sie können jetzt nichts anfangen. Auf geistiger Ebene ist eins natürlich klar, der Seelenplan, wenn der erfüllt ist, sucht die Seele, sprich der Seelenanteil, steigt in ein Flugzeug ein, weil von vornherein klar ist, jetzt möchte ich diese Erfahrung machen, ich möchte meine Inkarnation beenden. Und wenn man das mal versteht, dass uns nichts passieren kann, zustehen kann, wenn es nicht zu uns gehört, erzeugt für mich ein tiefes Vertrauen. Ich kann in jedes Auto, in jedes Flugzeug einsteigen. Ich hatte das schon einmal, als ein Mann neben mir schweißgebadet war, weil ein Triebwerk ausgefallen ist und ich ganz ruhig und der hat gesagt, jetzt stürzen wir ab, jetzt stürzen wir ab. Und ich habe dem nur angeschaut, handgenommen und gesagt, Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken machen. Ich habe noch so viele Aufgaben in meinem Leben zu erfüllen, wir können gar nicht abstürzen. Der hat mich angeguckt wie ein Auto, aber ich habe an so viele Vertrauen vermutlich ausgestrahlt, dass der ruhig geworden ist. Also da passiert auch etwas, dass auch Leute, die vielleicht das jetzt von der Seelenebene noch gar nicht kennen und da noch nichts von gehört haben, dass sie aber trotzdem spüren, irgendwo ist da eine Wahrheit hinter. Vor allem, was wird jetzt sein und es wird ja noch viel mehr passieren, was wir jetzt gerade erleben, es fängt ja alles, diese alte Welt bricht ja gerade zusammen, sie löst sich förmlich auf und es wird ganz wichtig sein, die geistige Welt betont es immer wieder, jetzt braucht diese Welt genau die Menschen, die Art wie ein Leuchtturm in ihrer eigenen Klarheit, in ihrer Bewusstsein stehen bleiben, egal was draußen passiert. Sie sind so sehr im Selbstvertrauen und andere, die gar nicht wissen, wo sie sich festhalten sollen, sehen, ach da steht einer und der ist ganz ruhig und jetzt können sie zu diesen hängen gehen und von denen können sie erfahren, warum, wieso, weshalb. Das bedeutet für uns aber, sage ich mal, uns, die wahrscheinlich hier auch bei bewusst.tv zuschauen, die gucken ja auch nicht zufällig zu, sondern weil sie wahrscheinlich auch dazugehören, ist natürlich dann auch die Aufgabe oder das Mandat zu sagen, also Leute, passt auf mit euren Ängsten, macht euch immer wieder bewusst, das, was geschieht, ist sinnvoll und ihr habt dem vor der Inkarnation oder auf Seelenebene zugestimmt, das heißt, es passiert im Grunde nichts Schlimmes oder das, was passiert, ist auf alle Fälle dafür da, dass sich etwas verändert. Also habt Vertrauen und seid ihr die Leuchttürme, wo sich andere daran orientieren können. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ja, das braucht es unbedingt, weil das Entscheidende ist ja, was du jetzt gerade noch sagst mit den Gedanken, sie sagen aber gleichzeitig, diese neuen Seelenpläne sind für uns kollektiv beinhalten, tiefste Freude, tiefste Fülle, tiefste Sinnhaftigkeit. Das heißt, wir kommen in eine ganz neue Zeit, die Menschheit, der Menschheit steht jetzt die Fülle bevor. Es geht wirklich um das Thema Fülle. In der Botschaft vom Karfreitag von Jeschua, sie ist auf meiner Seite jetzt, aktuell kann man sie nachlesen in zwei Teile. Sagt Jeschua selbst, dass das göttliche Fülle ist, schaut euch die gesamten Universen an und ihr werdet nur Fülle erleben. Und er sagt, ich selbst war nicht nur ein Meister der Liebe, sondern ich bin, ich war und ich werde immer sein auch ein Meister der Fülle. Er hat das vorgelebt, ich habe das ja miterlebt in der Inkarnation, wie wir umgeben waren von Fülle, egal in welches Dorf wir gekommen sind, Joe. Es waren immer, die Reichen des Dorfes haben uns empfangen. Das heißt, wir hatten immer alles, was wir gebraucht haben. Wir haben einen riesen Pulk zu dieser Zeit damals von Menschen. Zum Schluss waren über 5000 Menschen als innerster Kreis permanent bei Jeschua dabei. Ich stelle dir mal vor, die Bergpredigt ist so abgelaufen, wie Jeschua mir wieder erklärt hat. Wir saßen ganz oben am Hügel. Jeschua hat sehr langsam gesprochen, als er uns erklärt hat, wie wir beten sollen. Man muss dir vorstellen, da waren der innerste Kreis 5000 Menschen, aber der gesamte waren über 50.000 Menschen waren anwesend. Und damals gab es ja keine Lautsprecher, weißt du, wie das passiert ist? A, das Gebet haben wir alle miteinander, wir haben alle laut 50.000 Menschen gebetet, welche Kraft da dahinter war. Und immer dann, wenn er erklärt hat oder seine Beispiele gebracht hat, sind alle 15, 20 Meter Menschen aufgestanden wie Führer. Das, was er langsam gesagt hat, laut und ausgesprochen hat, haben die dann weitergegeben. Und dann ging das von Mensch zu Mensch zu Mensch. So haben es die gesamte 50.000 Menschen gehört. So ist es damals abgelaufen. Viele Menschen sind, ich muss dir mal vorstellen, tagelang, sie wussten, da gibt es ihn und sie sind tagelang gelaufen, nur um in seiner Nähe zu sein oder ein einziges Mal in seine Augen zu schauen. Weil er hat mir gesagt, wenn du einmal in der Aura eines Wesens bist, das wesentlich höher von seiner Schwingung ist und ihm sogar einmal in die Augen schaust, verändert das deine eigene Schwingung für diese und für alle anderen Inkarnationen. Deswegen sind so viele nur gekommen, um ihn ein einziges Mal zu sehen oder ihm sogar nahe sein zu können. Du hast eben gesagt, die Fülle ist ein wichtiger Aspekt. Wir leben ja hier in dieser Welt sehr im Mangel oder durch äußere Umstände haben wir uns auch sehr vieles erschaffen. Es sind ganz viele, die Hartz IV oder sonstige nicht so volle Lebensumstände haben. Wie wandelt man das für deiner Meinung nach am besten um oder wo setzt man da an? Es beginnt ja immer mit den Gedanken. Ausschließlich. Es gibt keinen anderen Weg. Sie betonen permanent die Gedanken. Jetzt ist es ganz an der Zeit, wirklich die Gedankendisziplin zu leben, weil Sie sagen, die Schöpfungsenergien werden permanent so schnell jetzt, dass wir ein Gedanke, Gefühl, Erfahrung, das wird immer mehr sich verkürzen, bedeutet, wir dürfen permanent uns fragen, was ich jetzt gerade denke. Ist es das, was ich mir wirklich, was ich leben möchte? Denn wenn ich jetzt etwas in meinem Bewusstsein trage, im Jetzt-Bewusstsein, bin ich immer in der Gegenwart. Und in der Gegenwart ist die einzige Möglichkeit zu schöpfen. Das heißt, wir werden jetzt immer mehr aufgefordert, eben nicht über Vergangenes nachzudenken, nicht in Problemen zu sein oder in Möglichkeiten, sondern ganz klar im Jetzt, im Hier und Jetzt in die Fülle zu gehen, bedeutet, in einen Zustand zu kommen. Das erleben wir gerade in den Abenden. In den Meditationen kommen wir energetisch in einen Zustand, sagt die Geistwelt, in einen Zustand, wo alles möglich ist. Du fühlst, jetzt ist alles möglich. Das ist der Zustand, in den wir jetzt kommen dürfen. Also nicht immer die Beschränkungen, die wir so meinen, da können wir nichts für, die äußeren Umstände, läuft halt nicht so, sondern wir denken anders und dann verändern sich auch die äußeren Umstände. Und das geht immer schneller, wie du eben gesagt hast. Das heißt, auch wenn wir schwere Zeiten haben, sozusagen so ein Loch, wo man ja immer mal wieder reinfällt, in der Zeit dann immer wieder besinnen sozusagen und sagen, nein, ich erhöhe jetzt meine eigene Schwingung. Genau, durch die Wahl meiner Gedanken. Ja, das ist über meine Gedanken. Ich erhöhe meine Schwingung, damit mein Resonanzfeld, indem ich die Qualität meiner Gedanken verändere. Und damit ziehe ich im Grunde über Resonanz genau das in mein Leben, was ich haben will. Während ich sonst, wenn ich eben eine niedere Schwingung fühle und denke, dann ziehe ich halt natürlich auch die Entspannung. Was du gerade gesagt hast, wenn wir das endlich akzeptieren, du hast gerade gesagt, wenn ich in einem Loch bin, ganz extrem gesagt, bedeutet, wenn ich jetzt in einem Loch bin, finanziell, emotional, egal was es ist, muss ich vor ein, zwei, fünf, zehn Tagen, einer Woche, zwei, drei, vier Wochen oder länger, über länger Zeitraum, Lochgedanken gedacht haben. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das heißt, wenn wir jetzt an dem Punkt kommen, dass wir endlich akzeptieren, das, was ich jetzt gerade erlebe, kann ich nur erleben, weil ich resonanzmäßig in meiner Vergangenheit Gedanken und vor allem Emotionen, gedacht und Gefühl habe, die genau dem jetzt entsprechen, was ich jetzt gerade erlebe. Also funktioniert es nicht mehr, anderen nicht die Schuld zu geben und zu sagen, ja, das Arbeitsamt und ich kann ja nicht und ich bin da rausgeflogen und wie soll ich das? Das funktioniert nicht mehr, sondern die Verantwortung übernehmen dafür, ich habe jetzt diese Situation, okay, nicht damit hadern und sagen, wir haben andere Schuld dran, sondern ich habe es mir erschaffen, aber ich erschaffe mir jetzt was Neues. Das heißt, ich erhöhe jetzt bewusst immer wieder, auch wenn ich in dieser Situation bin, die Gedanken und die Schwingung der Gedanken und damit ziehe ich dann eben auch das ins Leben, was ich habe. Definitiv, also es ist ganz sicher, Joe, wir ziehen das in unser Leben, worüber wir unser Bewusstsein, also unser Bewusstsein lenkt unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken, allerdings die Gedanken sind nicht entscheidend. Die Gedanken sind nicht anders, also ein Architekt kann in Gedanken zwar sein Haus schöpfen, aber es wird dann nicht gebaut werden. Aber die Gefühle sind entscheidend. Genau, das absolute Entscheidende ist, wenn wir uns permanent fragen, wie möchte ich mich fühlen? Das ist die entscheidende Frage, wie möchte ich mich fühlen? In welchem Gefühlszustand möchte ich mein Leben verbringen? Und wenn ich dann weiß, ich möchte mich glücklich fühlen, ich möchte mich erfüllt fühlen, ich möchte mich reich fühlen, ich möchte mich geliebt und liebend fühlen, dann ist die zweite Frage, wie möchte ich dann mein Leben ausrichten, damit ich dieses Gefühl auch habe? Gibt es da praktische Übungen für, dass man zum Beispiel auch sagt, wenn man, ich habe jetzt eigentlich nicht viel im Portemonnaie, aber ich gehe jetzt mal Eis essen oder Kaffee trinken, eigentlich kann ich es mir nicht leisten, früher hätte ich gesagt, nee, das verknall ich mir, aber jetzt mache ich es gerade, um einfach, und wirklich mal zu sagen, egal, das Geld ist ja im Grunde nur Energie, ich denke jetzt nicht darüber nach, ob ich dann morgen noch genug habe, sondern ich lasse es mir jetzt gut gehen, erlebe das, erfahre das und komme damit in diese Schwingung, funktioniert das? Ja, es geht sogar noch leichter, es gibt eine einfache Hilfstechnik, gerade in die Fülse kommen, 50 Euro in die Tasche zu nehmen, wenn möglich 100 Euro, wenn es geht, und in die Stadt gehen und einfach den ganzen Tag einkaufen, ohne einzukaufen. Gerade zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, bedeutet ja, ich sage, meinem inneren Sein, und ich fühle es sehr stark dabei, dass ich es jetzt nicht kann, damit wird zwangsläufig meiner Zukunft, permanent Lebenssituationen zu mir gezogen werden, wo ich dann tatsächlich sage, kann man es nicht leisten, habe ich wieder zu wenig, weil der innere Bewusstseinszustand die äußere Erfahrung ausschließlich bestimmt ausschließlich ist. Das ist das Gesetz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ein Mensch sagt, ich möchte gerne in die Fülle kommen, wäre einfach, es hilft mir zu sagen, Bargeld, Bargeld ist ganz wichtig, weil mit Geld in Kontakt zu gehen, alles, was wir lieben, ziehen wir an. Liebe ist einer der stärksten Energiefaktoren, genauso wie Freude. Wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro in die Tasche nehme und einfach mal einen Tag einkaufen gehe und sage, da wäre jetzt ein Hemd, das würde 50 Euro kosten, ich habe ja das Geld, ich habe 100 Euro, ich kann mir das leisten, aber ich sage nein, weil ich möchte es nicht. Und ich gehe in den nächsten Laden, da kostet die Hose 70 Euro, anprobieren, ich probiere es sogar nicht, lasse mich beraten von der Fülle, wo ich dich gut sage, könnte ich mir jetzt kaufen, ich habe es ja, mache ich aber nicht. Und wenn ich dann einen Tag 15 Mal eingekauft habe, würden eigentlich unsere Männer, alle Männer, die jetzt hören, dann sagen, Amira, Gott sei Dank, das werde ich mit meiner Frau machen, endlich hast du mir die Lösung gefunden, kann sie die Taschen kaufen, so viel sie will, gedanklich und Schuhe. Nicht auf meine Kreditkarte. Genau. Das sind aber einfache Hilfsmittel. Ich habe sehr früh in meinem Leben verstanden, dass Geld Energie ist. Und ich habe verstanden, dass ich mit dieser Energie wie mit einem guten Freund, wir sind gute Freunde, aber unsere Freundschaft wird immer stärker, wenn wir uns wieder sehen. Wenn wir uns nicht sehen, ist es trotzdem die Freundschaft, aber wenn wir sie pflegen, wird sie einfach stärker. So ist es mit Geld. Ich habe relativ früh verstanden, dass wenn Geld in mein Leben fließt, dass ich da irgendetwas dafür getan habe. Ich muss irgendwas von meinen Talenten, Gaben und Fähigkeiten mit den Menschen geteilt haben. Deswegen fließt das Geld dazu mir. Und in dem Moment in meinem Leben, wo ich auch schon größere Summen bekommen habe, bin ich immer auf die Bank gegangen. Am Freitag habe ich diese Summe abgehoben, damit ich das Geld überhaupt mal in den Händen habe, damit ich mal gesehen habe, was habe ich da überhaupt getan. Und dann bin ich am Montag wieder auf die Bank, habe es wieder eingezahlt. Aber ich habe einen Kontakt aufgebaut. Ich würde jedem Menschen empfehlen, überhaupt zu der Energie Geld, wie zu allem Kontakt aufzubauen. Das ist sehr viel direkter wieder, zumal wir ja im Moment merken mit den Banken, das Geld ist ja nicht mehr sicher. Wir haben in Zypern gesehen, das kann sein und das wird erst im Kleinen probiert. Das kann hier auch kommen, dass auf einmal von den Bankgutverhaben, was wir haben, auf einmal irgendwas weggenommen, enteignet wird. Das ist in Vorbereitung und deswegen ist das Geld eh nicht mehr sicher auf der Bank. Und ich halte es auch immer für eine gute Idee, einfach sich da immer wieder was bar zu holen. Und dann, wenn man es zu Hause hat und einfach das Gefühl, ja, ich habe ja eine gewisse Sicherheit da, ich brauche mir jetzt gar nicht so die Ängste zu machen. Aber diese direkte Erfahrung, die erzeugt dann auch wieder ein Umdenken, weil ich habe das Geld und ich kann ja immer sagen, es ist nur eine Energie. Und warum soll ich da jetzt knausern? Und dann erschaffe ich mir im Grunde. Also jetzt gerade, es ist so spannend, die geistige Welt sagt, das Thema der Fülle, Fülle ist gleichzeitig auch Freiheit. Freiheit. Und ein Schöpfungswesen, also ich spreche jetzt bewusst, auch hier bewusst TV, es geht um Bewusstsein. Ein unbewusster Mensch wird ja gar nicht verstehen, von was unbewusste Menschen, wenn du denn jetzt bestimmte Dinge sagst, sagen sie mal, da hast du Glück gehabt. Glück sagt nur derjenige, der die Gesetzmäßigkeiten, das wäre genauso, wenn ich einen Bogen spanne und den Pfeil los und ich treffe ins Ziel, dann sagt du, du hast Glück gehabt, dass das Ding überhaupt wegfliegt. Nein, wenn ich den Bogen spanne, da ist eine Energie dahinter und wenn ich das loslasse, dann fliegt der Pfeil. Das ist etwas rein physikalisches, ein Gesetz, das abläuft. Und so ist es mit all diesen Dingen, es laufen Gesetzmäßigkeiten ab. Und wenn jeder Mensch jetzt versteht, schöpfen tue ich immer mit meinem Bewusstsein, mit meinen Gedanken und ganz stark mit meinen Worten. Was sage ich, was spreche ich aus? Mir passt es jetzt als Beispiel am Abend, ich sage am Abend, ich versuche jetzt, und in dem Moment, weil ich bewusst bin, sage ich Stopp. Nein, versuche es sofort weg. Ich mache das, ich gehe davon aus, das wird auf jeden Fall so sein. Das heißt, allein schon in der Sprache hinzuhören, was wir selber sagen, denn wenn ich hinhöre, weiß ich schon mal, in welchem Bewusstseinszustand befinde ich mich und damit in welchem Schöpfungszustand. Damit weiß ich, bleibe ich, würde das kommen, ändere ich, kommt etwas anderes. Also es bedeutet auch im Grunde, du beobachtest dich selber und merkst, oh, hoppla, Moment, da habe ich jetzt wieder was gesagt. Das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich ausdrücken will. Das heißt, beziehungsweise ich erschaffe mir ja im Grunde etwas anderes. Und wir haben gerade über Geld gesprochen und über Ängste und dass wir Geld auf der Bank haben, das ist ja im Grunde aus der Angst, dass das Geld nicht reicht. Und dann ist es wenigstens auf der Bank. Das ist ja alles dieses alte Denken, auch was die Energie ja auch blockiert. Das heißt, das Geld fließt nicht, sondern wir haben vielleicht irgendwo was auf die hohe Kante gelegt, weil wir Angst haben, dass wir es irgendwann brauchen. Und wenn wir es fließen lassen, dann kommen wir natürlich auch wieder an den Fluss rein, in diesem Beispiel. Aber Geld ist natürlich nur ein Beispiel, wo sich das zeigt. Das ist ein Teil, Sie sagen Fülle. Fülle heißt natürlich nicht nur, dass wir Geld haben, sondern Fülle bedeutet, viele Freunde zu haben. Fülle bedeutet, gesund zu sein. Fülle bedeutet, eine wunderbare, uns tief erfüllende Partnerschaft zu führen. Fülle bedeutet, viele Freunde zu haben. Fülle bedeutet, eine Berufung zu erfüllen, nicht irgendeinen Job, sondern wirklich etwas zu machen, wo wir uns tief erfüllen. Also Fülle, zu reißen zu können. Fülle bedeutet, in allen Bereichen wirklich in der Fülle und damit in der Freiheit zu sein. Das ist jetzt, das System Mutter Erde geht momentan, es ist noch auf Disharmonie getaktet. Das musste so sein, um das Spiel des Lebens richtig durchzuführen, musste das morphogenetische Felsen Mutter Erde auf Disharmonie getaktet sein. Deswegen ist es leichter, negativ zu sein als positiv. Und Mutter Erde ist aber bereit, wenn der hundertste Affe, das kennst du sicher mit dem hundertste Affe, wenn der hundertste Affe die Kartoffel erstmal wäscht, bevor er sie isst. Wir sind eigentlich momentan in einer Situation, wo wir vielleicht schon 50 Affen haben oder 70 Affen oder vielleicht sogar 95. Das heißt, mit jedem weiteren bewussten Mensch, der jetzt seine Kartoffel erstmal wascht, werden alle anderen sehen, dass man eigentlich eine Kartoffel erstmal waschen kann. Das wissen ja viele noch gar nicht, das neue Verhalten. Beim 99. Affen passiert noch nichts, es bleibt alles noch alt. Alle tausende von Affen würden ihre Kartoffeln weiterhin nicht waschen und essen. Aber wenn der hundertste Affe seine Kartoffel auch wäscht, passiert folgendes. Dann geht die Information, Kartoffeln kann man nur essen, bevor man sie gewaschen hat, die geht ins Feld. Die alte Information, dass man eine Kartoffel ungewaschen essen kann, wird gestrichen, sie wird gelöscht. Das bedeutet, am nächsten Morgen gibt es nur noch die Information, Kartoffeln müssen erst gewaschen werden. Jetzt nimmt der 101. Affe eine Kartoffel in die Hand und will sie essen, der kann aber nicht. Weil das Programm, dass er sie sofort essen kann, gibt es nicht mehr. Ist gelöscht. Jetzt kommt das neue Programm, was sagt ihm, weil er über Nacht ein Update bekommen hat, Kartoffeln, Kartoffel essen, ja, erst waschen. Jetzt muss er diese Kartoffel waschen, aber will er doch nicht. Das kann also dann sehr schnell gehen, das kann von einem Tag auf den nächsten sozusagen. Gar nichts, 99 Affen, 30 Jahre lang, 100 Jahre lang, nichts passiert, es kommt der hundertste Affe. Und das kann in vielen Bereichen eben jetzt auch schon passieren, dass zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wieder Terrorwarnungen und so weiter, dass das einfach nicht mehr funktioniert, weil dieses Programm, dieses alte Programm funktioniert bei den Menschen nicht mehr. Diejenigen, die das in die Welt gesetzt haben, die haben das so gemacht wie früher immer. Früher hat es immer funktioniert. Die Leute haben immer dann geschrien, wir brauchen mehr Sicherheit und jetzt auf einmal funktioniert es nicht mehr. Kann man das so vielleicht übertragen, dass auf einmal all diese alten Dinge nicht mehr funktionieren werden? Weil sie plötzlich, die alten Dinge werden so lange funktionieren, solange das Neue nicht da ist. Das ist das Entscheidende. Sich auf die alten Sachen zu konzentrieren, ist völlig ohne Bedeutung. Das hatten wir auch in den letzten Interviews. Diese alten Themen waren zwar interessant, aber sie bringen uns nicht weiter. Jetzt geht es nur noch um eine Sache. Wir müssen einfach in einem bestimmten Rahmen, Sie haben ja gesagt, 2013 ist das erste Jahr des Übergangs. Erstes Jahr bedeutet, es kann ein zweites, ein drittes, es kann ein achtzendes, es kann ein zwanzigstes. Also es wird mindestens maximal 20 Jahre bis 2032. Jetzt ist es von entscheidender Bedeutung, wie schnell schaffen es 100 Affen, also wie schnell schaffen es jetzt die spirituell bewussten Menschen, was zu tun, ihre Kartoffeln in Zukunft zu waschen, um das morphogenetische Feld neu auszurichten. Denn sobald das morphogenetische Feld von der kleinen kritischen Masse, es ist nur ein Promille notwendig, das sind gerade mal sieben Millionen, alleine über sieben Millionen an Kanaté, älteste Seele sind hier. Das heißt, wenn jetzt die erwachen und sich erkennen, wer sie sind und wenn sie jetzt in ein Leben der Fülle gehen, in ein Leben der Freude, in ein Leben der Gesundheit und die kritische Masse erreicht ist, wird das morphogenetische Feld von Mutter Erde ausgerichtet sein, dann auf Fülle. Dann wird es das Mangelprogramm nicht mehr geben, nur noch das Fülleprogramm. Und jetzt passiert das Fantastische, 8 Milliarden Menschen werden quasi über Nacht ein neues Update der Fülle bekommen. Bedeutet, dass dann keiner mehr Waffen verkaufen kann, keiner mehr andere Menschen töten oder über das Ohr hauen kann, weil es diese Programme nicht mehr gibt. In den Menschen ist es nicht mehr möglich, weil das Verhalten nicht mehr da ist. Und dann diese ganzen Ängste, die wir haben, dass da irgendwelche Mächtigen uns alle in die Abhängigkeit bringen, das wird von einem Tag auf den nächsten sozusagen für die auch nicht mehr funktionieren, weil die Programme einfach nicht mehr so laufen. Sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Das klingt gut. Lass uns noch so ein bisschen über die neuen Seelenpläne reden. Sind die jetzt individuell für jeden unterschiedlich oder gibt es bestimmte Sachen, die du jetzt auch nochmal sagen kannst? Also die neuen Seelenpläne beinhalten natürlich als Grundenergie Fülle. Fülle, Freude und damit die Erfüllung der eigenen Bestimmung. Bedeutet, es können keine Kompromisse mehr gemacht werden. Die neuen Seelenpläne zwingen vor allem uns, die Anne Canaté, die bewusst, die ältesten Seelen, in ihre Lebensbestimmung zu gehen. Das bedeutet, alles was mit Angst zu tun hat, ich habe es so wunderschön, das Thema Angst wurde mehrmals jetzt von der geistigen Welt aufgegriffen. Erst vor kurzem haben die Seelen selber gesagt, weißt du, die Angst in dir ist meine Sprache in dir, in der ich dir mitteile, dort wo deine Angst ist, sind die neuen Abenteuer, die ich bereits für dich und für mich zur Erfahrung vorbereitet habe. Also meine, deine Angst in dir ist in Wirklichkeit es sein, dass ich deine Seele hier bereits etwas Neues vorbereitet habe, mit dem wir neue Freude, neue Abenteuer erleben. Das ist spannend, aber es klingt natürlich erstmal, wenn es als Angst bei uns auftritt, ist es natürlich erstmal unangenehm. Aber wir können das dann betrachten und sagen, okay, das ist ja interessant, da kommt jetzt wieder was hoch. Aber ich habe halt noch die alten Muster, aber es wird wahrscheinlich anders sein, als ich jetzt diese Angst habe, weil wir ja neue Programme bekommen wollen. Also interessanterweise ist, wenn wir uns Angst anschauen, Angst ist ja immer so, Angst ist immer, entsteht dann, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir förmlich dazu gezwungen werden, in eine andere Situation zu gehen. Also in Regeln muss auch eine Entscheidung getrennt werden. Angst entsteht ja nicht einfach so, sondern da passiert ja etwas, was uns von einem Jetzt-Zustand in einen möglichen, für uns scheinbar schlechteren oder vielleicht auch besseren. Aber wir sitzen dazwischen und wissen jetzt nicht sicher, was passiert jetzt, wenn ich die Entscheidung fälle, wird es dann besser oder wird es vielleicht schlechter. Also bedeutet, Angst kann immer nur entstehen, wenn etwas passieren soll. Wenn ich aber jetzt die Botschaft bekomme, dass Angst in Wirklichkeit nichts anderes ist, die Seele steht da, übermittelt uns Angst und es heißt in Wirklichkeit, komm, komm, komm. Da, wo die Angst ist, ist dein Weg, bedeutet, komm in die Richtung, weil hier bin ich deine Seele, ich habe etwas Neues vorbereitet, komm, es ist alles gut. Also wenn ich das weiß, dass die Seele mich durch die Angst an die Hand nimmt, und es hat ein ganz wunderbares Beispiel bei einem der Abenden, wurde gesagt, weißt du, in dem Moment, wenn du mir deiner Seele vertraust, ist es so, du nimmst meine Seelenhand. Das ist nichts anderes als dein Kind, dein dreieckiges Kind nimmt deine Hand. Und in dem Moment, wenn es das tut, ist es geschützt. Weil wenn du dein Kind an der Hand hast, kannst du dein Kind beschützen, du wirst es beschützen. Selbst wenn du dein Auto dir zu nahe kommst, du würdest lieber deinen eigenen Körper vor deinem Kind, du würdest dein Kind immer schützen. Und das tut die Seele, wenn du ihr vertraust, du nimmst sie an die Hand. Allerdings, wenn du in die Angst gehst, ist es dasselbe, als ob das Kind die Hand der Mutter loslässt und zehn Meter weg springt. In dem Moment ist kein Vertrauen mehr, wenn die Seele, wenn man also Angst bedeutet, wir gehen raus aus dem Vertrauen. Und wenn dann das Kind auf die Straße springt, kann die Mutter, weil sie 15 Meter weg ist, das Kind nicht beschützen. Nicht, weil sie es will. Sie kann es einfach faktisch nicht. Dasselbe passiert auf geistige Ebene. Wenn wir der Seele nicht vertrauen, weil wir in der Angst sind und bleiben, ist es, als ob wir den Seelenverbindungen abtrennen. Wir sind, also uns von der Seele entfernen. Und jetzt kann sie uns gar nicht so schützen, wie sie könnte. Spannende Sache. Deutet also für uns, wenn Angst da ist, bewusst machen, dass eigentlich uns ja nichts passieren kann, was nicht im Seelenplan irgendwie auch beinhaltet ist. Das heißt, wir können Vertrauen haben, auch dass wir Hilfe bekommen und dass wir durchgeführt werden durch die Situation, vor der wir Angst haben. Aber die Gefahr ist halt immer, in dieser Angst zu verharren und dann eben in diesem Loch zu bleiben und dann uns gar nicht mehr rauszutrauen. Das ist also die Gefahr bei der Angst immer. Aber so eine Botschaft ist dann wichtig. Nur solange, Joe, solange ich nicht verstehe, was die Angst möchte. Wenn ich verstehe in Zukunft, dass die Angst die Sprache meiner eigenen Seele ist, dass die Seele dasteht und mir die Hände hinreichend nicht einfach nur kommen muss, kann ich doch mit der Angst, dann frage ich davon in meinem Leben, worauf habe ich Angst? Ja, genau. Und vor allem der zweite Faktor, immer wenn hinter der Angst Freude kommt. Also wenn ich sage, oh, ich würde mich gern selbstständig machen, wow, dann kommt die Angst, wie soll ich denn da davon leben? Und ich gehe aber weiter und sage, aber wenn ich selbstständig wäre, dann kann ich meine Zeit selber einteilen und ich freue mich dann total. Das ist Freude. Also Freude und Angst ist immer ein ganz deutliches Zeichen, dass das der Weg der Seele ist. Das sind Wegweiser. Freude ist natürlich immer das, wo wir hinwollen. Ja. Ein ganz klares Signal. Und woher die Angst entsteht, ist das immer ein ganz deutliches Zeichen. Die Angst ist jetzt der Weg, um in die Freude zu kommen. Ganz genau. Sehr spannend. Also da hast du auch gesagt, es ist noch eine Zeit des Übergangs, die auch noch die nächsten Jahre beinhaltet. Also nicht, es ist jetzt alles vorbei oder es geht ganz schnell. Wir haben alle Zeit geholt. Es ist ein Prozess, da sind wir mittendrin und das ist sehr spannend und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder besinnen, weswegen wir hier sind. Dass wir unser Selbstleben, wir sind hier hergekommen mit einer bestimmten Aufgabe oder mit einem Seelenplan, wie du sagst. Und sie sind jetzt neue Seelenpläne gekommen. Ja, die sind da, sie sind bereit. Sie müssen aber jetzt von uns angenommen werden. Das ist so wie der neue Seelenplan, ist wie eine neue Aufgabe, die du hast, aber sie muss angenommen werden. Und die Angst in der Regel zeigt uns, aha, wo jetzt der neue Seelenplan aktiviert. Weil wenn ich das annehme, gehe ich in die Fülle. Also in den neuen Seelenplänen ist für uns kollektiv. Sie haben gesagt, wenn viele von uns, also wenn die kritische Masse, diese 100 Affen, jetzt in dieses vollkommene Vertrauen gehen, in alle Ängste hineingehen und sie erlösen und sie in die eigene Fülle kommen, wird das Synchronisation, eine weltweite Synchronisation. Und daraus wird das neue morphogenetische Feld entstehen, das dann für die gesamte Menschheit, Fülle, Harmonie und Freude. Also wir sind die Vorläufer, die es jetzt für alle machen. Wunderbar. Du gibst Seminare dazu, du reist im Moment auch um. Ja, ich mache ganz viele Abende, um einfach gerade diese Ankarnaté, diese ältesten Seelen, weil sie die machtvollsten Seelen sind, weil sie die längste Reinkarnationserfahrung haben. Sie haben alles Potenzial in sich. Sie in ihre Kraft zu springen, ist das Wichtigste, weil sie bilden automatisch schon die kritische Masse. Sie zu erwecken, sie an den Abenden ist immer die wichtige Frage, erkenne, wer du wirklich bist. Denn sobald du erkennst, wer du bist, verändert sich alles. Wenn ich weiß, dass ich der Architekt bin, dann werde ich den Spaten aus der Hand legen, weil ich weiß, in einem Moment, ich brauche nicht den Spaten, das ist nicht meine Aufgabe. Als Architekt nehme ich einen Vielfäderhalter und so weiter, habe ich eine andere Aufgabe. Zum Wissen, wer wir sind, ist jetzt gerade das entscheidende Thema. Und das machen wir den Abenden und an den Wochenenden, weil da machen wir die Seelenrückverbindung, auch jetzt am Wochenende in Hannover. Denn in der letzten Inkarnation, wir finden uns alle definitiv in der letzten Inkarnation, ist das die Aufgabe, was wir in der ersten Inkarnation haben, wir einen freien Willen bekommen. In der letzten geben wir ihn wieder zurück, zwangsläufig, damit beenden wir den Reinkarnationszyklus. Das ist eigentlich das, was die Religionen daraus gemacht haben. In Wirklichkeit heißt es ja Religio, Zurückverbindung. Also das Thema ist gerade jetzt, dass wir uns wieder mit der eigenen Seele, mit dem eigenen göttlichen Sein wieder verbinden. Tun wir dies, lassen wir die Seele wieder mit uns ein sein, indem wir den freien Willen wieder zurückgeben, die kümische Hochzeit machen. Sind wir wieder Seelen geführt und haben die Seelenkraft und dann entsteht tiefes Selbstvertrauen. Und dann können wir viel leichter in allen Lebensbereichen aus dieser inneren Kraft heraus handeln und wirken. Jetzt geht es auch ganz stark darum, dass jeder von uns wirkt in seinen Fähigkeiten und Talenten. Das ist schön, dass du das machst. Und wie gesagt, du weckst viele auf, wir wecken viele auf bei Bewusst.TV. Aber jeder ist auch aufgerufen, eben, wie gesagt, für andere auch eine Orientierung zu sein. Denn es sind ganz viele Menschen da, die haben ja die Orientierung nicht im Außen, wir haben es nicht im Fernsehen, wir haben es nicht in der Schule, wir haben es nicht in der Politik. Wir haben eigentlich diese Orientierung nur bei diesen wenigen, die das jetzt schon leben und die versuchen, das rauszugeben. Aber Joe, das Entscheidende ist, die geistige Welt hat gesagt, jetzt gerade in diesen Zeiten erwachen Millionen von Menschen, stellen sich die Fragen, wer bin ich, hat mein Leben einen Sinn, wenn ja. Das heißt, eine Menschheit ist gerade dabei zu erwachen, sie stellt sich die Lebenssinnfragen. Und deswegen braucht es gerade solche wie uns, die wir uns schon viele Jahre mit beschäftigen, um in diese Fragen. Es ist heute so, dass ein Banker, ein Kaufer, dass Menschen, du kannst mit ganz vielen Menschen darüber reden, die sind sehr offen für die Dinge. Das ist unvorstellbar, was gerade passiert, wie viele Menschen offen sind für diese Themen. Das habe ich auch gehört, sogar bei Politikern und so weiter. Und dass eben ganz vieles nicht mehr funktioniert, dass die teilweise Burnout haben. Also es ist ja ein ganz großes Phänomen. Das hat es ja vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren überhaupt nicht gegeben. Das zeigt jetzt, dass ganz viele Leute, die irgendwo in einer Versicherung oder in einer Bank oder in irgendeiner Behörde arbeiten, dass die einfach merken, das, was sie da machen, macht keinen Sinn. Das macht keinen Spaß und es macht keinen Sinn, ergibt keinen Sinn. Weißt du, was der Hintergrund von Burnout ist? Genau, Hintergrund von Burnout ist, die Seele dreht die Sicherung aus. Weil die Seele sagt, das, was du momentan tust, ist nicht das, was in deinem Seelenplan drin ist. Ich werde unterbinden, dass du weiterhin das tust, was keinen Sinn hat. Denn für mich, deine Seele, gibt es nur eine sinnvolle Inkarnation. Und im extremsten Fall wird eine Seele sogar eine Inkarnation beenden, wenn es keinen Sinn mehr macht, die Inkarnation. Und alle Schicksalsschläge oder auch Krankheiten sind deutliches Teil in der Seele. Schau mal hin, das ist nicht dein wirkliches Leben. Du möchtest doch, wenn du ehrlich bist, in deinem Inneren ein ganz anderes Leben leben. Aber deine Ängste halten dich da davon ab. Und im Extremfall kann es, wie gesagt, so weit gehen, dass sogar die Inkarnation beendet wird. Das ist also immer ein Zeichen, wenn irgendwo ein Leben völlig neben der Spur ist, sozusagen, jemand Alkoholiker oder sonst was ist. Das muss gar nicht so extrem sein. Einfach, wenn jemand, angenommen, ein Mensch fühlt, jetzt bin ich seit 20 Jahren in der Ehe. Aber diese Ehe ist eigentlich, sie macht mich überhaupt nicht glücklich. Ich hoffe zwar, dass es immer anders wird, aber ich verändere mich. Ich spüre eigentlich deutlich, ich müsste gehen. Das ist so ein typischer Zustand, wo das Gefühl permanent uns sagt, was wir eigentlich sollen. Aber die Angst, zum Beispiel die Materialangst, ja von was soll ich dann überleben, von was. Und ich bin 20 Jahre in der Firma und merke einfach, das ist nicht mehr ein Ding. Ich muss jetzt Dinge tun, die kann ich mit meinem Gewissen gar nicht mehr vereinbaren. Ich muss ein Produkt vielleicht verkaufen. Da kann ich gar nicht mehr hinterstehen, aber ich kriege ja das Geld dafür. Das heißt, das sind alles Zustände. Wir sind jetzt in einem Lebensumstand, wo wir das nicht, das funktioniert mehr. Die Seelen dulden das nicht mehr. Sie verlangen von uns, dass wir das erfüllen, was wir selbst uns vorgenommen haben. Weil diese neue Zeit ist nun mal darauf ausgelegt. Das lasse ich einfach mal als Schlusswort gelten, weil es wirklich eigentlich so klar und so einleuchtend ist. Und ich danke dir, dass du diese Aufgabe machst und dass wir zusammen immer wieder auch kommen, Menschen aufwecken können. Das ist eigentlich das Schöne und Spannende an dieser Aufgabe. Das ist ja im Grunde auch eine Fülle, was da kommt. Und wenn man sieht, was sich alles tut, dann ist das so wunderbar, das zu erleben. Und damit ein Teil davon zu sein, das macht so Spaß. Ich danke dir dafür, Michael. Ich danke dir und ich danke allen, auch Anschauern, wie sagt man, Anschauern von Bewusst.TV. Denn alle Menschen, die sich permanent mit diesen Dingen beschäftigen, verändern ihr Bewusstsein. Je häufiger wir das tun, ich selbst tue das permanent. Ich lese permanent in meinen Büchern. Und ich selbst höre immer wieder CDs an, weil ich merke, wenn ich mich permanent mit diesen Dingen beschäftige, bringe ich mein Bewusstsein in einen anderen Bewusstseinszustand. Und damit schöpfe ich etwas Neues, eine neue Welt. Genau darum geht es. Sehr schön. Vielen Dank, Michael. Danke dir, lieber Schau. Danke dir, lieber Schau. Danke dir, lieber Schau. Danke dir, lieber Schau. Vielen Dank.